Moin Leute, willkommen hier bei Elden Ring. Wir werden jetzt rennen. Ach, was hat sich denn hier versteckt? Oh, geil! Oh ja, gib her! Einfach rennen. Kannst du nicht rennen und dabei looten, Alter? Das ist wichtig, warte mal. Ja. Lügner voraus, hier ist gar nichts mehr, oder? Scheiße. Nein, dieser Schmerz. Ein Blutabstand, ich bin gefährlich. Ich beiße. Rück mich nicht auf die Pelle. Mann. Ja, gar kein Problem. Ja, ihr könnt gar nichts. Spritze hier nicht durch die Wand. Ist ja ekelhaft, man. War. So, ähm, dann lass uns mal wieder oben gehen. Wir haben ja nichts mehr zu tun. Wir haben jetzt irgendwie alles gefunden hier, untere Hauptstadtkapelle. Was ist da, was ist da, wo ich schon war? Ah, das war da, genau. Ne, da will ich nicht hin. Ja, da will ich hin. Nun gut, dann haben wir hier doch noch kein Weg mehr. Ich hätte hier jetzt eigentlich, ähm, hm. Ah, ne, wir hatten ja noch ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein. Ah, da müssen wir da oben. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder auf jeden Fall. Ach, richtig das. Ah, wunderschön. Dieser, äh, wunderschöne, äh, Duft der Knochen und, äh, ja. Von tot halt. Meine Lampe mache ich ja nämlich nichts. Das ist nicht gut. Ich hoffe ich den Kram jetzt tut, ist der angepisst, oder? Ist mir egal. Wow! Ah ja okay, ich bin weg. Tschüss. Wo bin ich denn jetzt? Was wollt ihr eigentlich, hä? Halt die Göschen. Nix zu melden. Mein Gott, ne Kistenratte. Das sind die gefährlichsten von ihnen, habe ich gehört. Ist noch eine. Aber die ist keine Kistenratte, sondern ganz normal. Das ist gut. Die Fähigkeit ist echt nice, um die wegzukommen. Nicht geil. Oh! Das war ein harter Bait von dem Spiel. Die Bitch kriegt keinen Schaden. Ne, da komme ich ja niemals lang ohne Giftresistenz, Mann. Ich gehe ja sofort drauf. Hier ist noch ein... Hier ist noch ein... Hier ist noch ein... Weg. Wie geht's? Wie geht's? Das ist ja voll ekelhaft, Mann. Wie geht's? Wie geht's? Da geht's um... Wie geht's? Wie geht's? Es muss nur ein... Hoe geht's? Das ist es... Wie geht's? Ach, hier kann ich lang, okay. Gibt es noch einen anderen Weg? Ich sehe da aber was. Ich kann hier nicht lang, ne? Schade. Also es ist krass, was hier unter der Stadt ist. Man ist ja echt wow. Mi-wow. Ja, ihr könnt... Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören, Entschuldigung. Danke. Ich habe nicht lang da. Ähm, ja. Das ist ja ekelhaft. So. Wo war ich? Ah ja, genau. Warte mal, ist hier? Lass mich raten. Ja, okay. Hier komme ich. Ja, gut. Gut zu wissen. Wie. Spring voraus. Okay. Das geht aber deutlich weiter unten. Erstens rechts. Nichts. Ihhh. Ja, spuckt mich denn da an, ey. Komm jetzt mal her, hier, du Arsch. Ich muss sagen, dieses Schwert ist einfach echt zu lang für diese kleinen, ähm, Gänge hier. Eigentlich müsste, ähm, also, echt würde mir einfach das Schwert übergehen und ich könnte gar nicht kämpfen, weil ich dich, Mann. Man sieht, wie viele Funken hier rumspringen und so. So auf wie ich halt die ganzen Wände hier treffe. Ist der hingefallen? Nein. Dunkelschmiedstein. Oh, ich glaube, ich kann dann also meinen Katana, Katana wieder aufwärmen. Hallo? Wo kommst du denn her? Ja. 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 Nein. Als ob er mich erwischt hat, die kleine Bitch. Ach, okay. Da muss ich doch mal hinrennen. Verdammt. Ja, ähm, hm. Ich muss zugeben, ich bin gerade flögt in das Loch gefallen, was ich noch gesehen habe, was tiefer war. Da habe ich wohl gerade nicht aufgepasst. Scheiße. Egal. Warum so klingeln? Da. Yo. Yo. Was hast du denn? Oh mein Gott. Und ich habe meine ganzen Scheißrund verloren. Warum kommt denn jetzt da so ein Scheiß-OP-Gegner? Ich kann kotzen. Der grabbelt mich da voll mit seinen Händen. Ach, das macht mich jetzt irgendwie mad. Naja. Ow. Ow. Jungen! Alter, was zur Hölle? Ich meine, ich habe da alles und ich kann einfach abhauen. Ich bin hier ein bisschen zu stur. Jetzt möchte ich den einfach irgendwie kennen, den Arsch. Oh Mann. Tschüss. Hier ist nichts mehr, ne? Ja gut. Sagen wir einfach mal in eine andere Richtung dann. Ist ehrlich. Denn ich werde jetzt nicht nochmal unten springen. Weiß nicht mal, ob man überhaupt irgendwas bekommt und wie der Scheiß den killt. Ich bin rechts gestorben. Geh mal links rum. Ich dachte, ich könnte von ihm abstechen. Schade. Ach so. Hier komme ich auch zu diesem Punkt. Okay. Das ist ja auch der, wo wir hier dann durch die Gitter geguckt haben. Nee, er hat keinen Bock gegen diese Scheiß-Feed zu kämpfen. Ganz ehrlich. Ist die Schnecke ernsthaft in dem Meer gekommen? Das ist ja plötzlich. Schneckentempo in dem Meer gekommen. Die Schnecke. Ah, Hilfe. Ich habe den Sack. Nein. Okay. victimskans. Die Schnecke. Denn vielleicht. Will die Schnecke. Do ins재 primary услов. Wenn die Schnecke ist Haus. ikuss. Iann. La Este Hendr Rotation. Aber. Alter Ja, ich bin mal die Treppe hochgegangen So, kannst mich mal, geh bloß weg Geh weg Bin hier gerade ganz schwer Die Tür am aufmachen Oh, what the fuck Ist das hier Oh, sind wir zu fett Oh, kommst da nicht durch Oh shit Oh, das war schade, wa Du Arsch Tja, zu breit gebaut und zu viel Muskeln, Alter Passt der Spruch echt ganz gut, dass der Tisch der breiter ist als die Tür, ey Oh, Alter Warte, was geht denn? Was steht denn da? Was steht denn da? Warte mal Ich habe leider keinen Flächenschaden mit meiner Magie, noch nicht Das müsste keinen guten, soweit ich weiß Oh, das ist der vielleicht ganz gut, ich weiß nicht Das macht ja gar keinen Schaden Ja, aber ist auch egal Obwohl ich mir später irgendwie aufscreen mal Wahrscheinlich ist das auch nichts besonderes Wirklich, ist ja auch nicht mal lila Tschüss Okay Ähm, wo ist die Hölle? Ach, da Ach, hier komme ich weiter Dunkelschmiedstein Geil Ja, da runterspring du jetzt nicht So, 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 so oh ach so jetzt bin ich hier wo die pflanzen vor waren na gut was neus wo wir jetzt hier ankommen los abstand du ekeler teil haben wir schon mal ja genau das mache ich die sind so ekelhaft mit ihrem komischen ding was sie da verteilen ok da greift mich an musst du sterben wie nicht von dieser seite das ist ne scheiß frechheit warte kurz ich gucke mich gar nicht an ich ah ich gucke mich meine ich gucke mich ich gucke mich ich gucke mich Das war's. Oh, diese Teile sind echt stark, ey. Mal, Baby. Okay. Es ist ein Mal, Baby. Ist das gar kein Talisman? Hm. Da. Fesselt Gespenst, wenn die Gegner verfolgen. Wo bin ich hier eigentlich? Ich bin schon so jetzt hier so viel durch diese Katakomben gelaufen, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich jetzt sein könnte. Unterhalb der Stadt zumindest irgendwo, das weiß ich wohl. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, welche Tür das jetzt ist. Der eine verschlossene, große, die beim Hauptgang ist, wo ich auch meinen... Genau. Sind wir da hier, lol. Okay, das ist cool. Schön, wie das alles hier mit verbunden ist, dass man immer mehr irgendwie die Punkte freischaltet in diesem Game. Soweit man sich hier durch die Katakomben oder halt die Abflusskanäle kämpft. Ist doch bestimmt Bock, der jetzt runterzufallen und zu sterben, oder? Hat schon... Hallo? Tisch ab. Das ist ja frech. Ah, hier unten. Da unten sind sie, aha. Das heißt, hier oben können wir jetzt weiter, cool. Hm. 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 Okay, dann waren wir da hingegangen, ne? Cool. Wenn ich jetzt so rüberlege, könnte ich jetzt eigentlich hier runterspringen und dann... Wut? Ey! Ich gut schaue mit den Messern. Ähm. Autsch. Ja, die Teile werde ich immer hassen. Die sind so nervig, man. Bist du näher, alter? Hat der da rausgesprintet, ey? Will mich umbringen? Frech. Ich glaub, da oben geht's gar nicht weiter. Ist einfach nur Loot wahrscheinlich, ne? Aber können wir einfach weitergehen. Können wir auch später holen. Ah, hier sind wir. Ah, und da können wir jetzt weiter, oder was? Alter. Ist wohl gar nichts, ne? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Was zur Hölle? Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ey, so viele Zweigungen und so, Alter, ich weiß nicht, wo ich hin soll als erstes. Oh, cool. Geil, danke. War ich hier schon? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, shit. Ah! Ha! Ist auch wieder gefallen, du Noob. Ich glaube, da waren wir aber schon. Wenn wir da unten bei den Kram wieder hinkommen, waren wir da auf jeden Fall schon. Ah, ja. Hm. Ich bin auch hier rausgesprungen, kann das sein? Ja, meine Runen sind auch da unten, lol. Okay. Ist gut zu wissen. Los, ich bin da unten, ey. Hier ist aber gar nichts cool. Jetzt echt nicht gerechnet. Nein, da habe ich ihn nicht getroffen. Oh, ich muss noch warten, bitte. Ich bin da unten, Alter. Ja, ich bin da unten. Ja, das ist schon gut. Ja, ich bin da oben. Ich bin da oben. Da oben bist du da oben. Ich bin da oben. ne warte mal hier war ich ja noch nicht lol mein gott ist das verwirrend er muss hier auf jeden fall rechts lang sobald den anderen weg da rechts war hol ich eben eine ruhe wieder mal gucken was wir dann noch finden alles klar ich habe die sachen geholt und jetzt stellt sich die frage links oder rechts seien es ist einfach beides aber nur ein kreis kann das sein scheiße ach hier bin ich wieder ich bin durch die ok ich werde zum punkt wo eben waren ich muss ja echt über aufpassen ich glaube ja hier ist der punkt wo ich runter gefallen bin das aber genoss ist einfach nur ein kreis hier geht es hier nur hier ist die große ratte die wir eben gekillt haben das heißt der einzige weg der jetzt noch übrig bleibt ist der hier unten ne kommen wir da vielleicht dahin wo ich eben nicht durch konnte ist ja super okay da gibt mir einfach eine schelle der jung die könnte ich aufmachen jetzt ne danke also dieses eklige gut hier genau geht es hier noch weiter geht es hier noch weiter ja ich werde gruppen kuscheln wird das ist das ist das ist Hm, hm, okay. Ah, hier können wir jetzt runter. Cool. Oh. Wie weit runter geht das denn? Okay, ich habe ein Gefühl von Boss und so, wenn ihr versteht. Ähm. Ich würde hier jetzt schon weitergeben, muss ich ehrlich zugeben, aber ich glaube... Ich würde sagen, das machen wir ja das nächste Mal, aber irgendwie will ich jetzt doch wissen, was los ist. Scheiße. Okay. Keine Feinde. Das ist so ein Bossraum, wie da hundertprozentig sieht man so hart. Ich jetzt die Kiste öffne, kommt was, oder? Oder davor schon? Ah, davor schon. Ähm. Och, nö. Den Schatz kann ich mir. Das ist mir egal. Ich bin extra wohnersingegangen, nur weil ich den Typen noch nicht bekämpfen kann, ne? Und jetzt auf einmal taucht er hier auf der Arsch. Ja, das können wir knicken. Aua. Aber der ist schon schwächer als das Original, habe ich das Gefühl. Ich schätze mal auf, dass der kein Original ist, oder ist er einfach... Nee. Ich glaube nicht, dass er so stark ist wie der andere. Bin ich ehrlich. Nein, vielleicht soll ich auch mal meine Fresse halten. Oh, hör auf mit deinem Scheiß-Dreck hier die ganze Zeit rumzuwerfen. Okay. Scheiß, bin ich ausgewichen, Mann. Ja, super. Ja, super. Oh, Junge, er hat nur diese Scheiß-Endphase nicht, so wie der andere Wichs. Aber der ist absolut nachwachbar, der Wichs. So easy. Fing. Klipp, bitch. Mann. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall gesehen, was der Typ kann und so. Ich würde mal sagen, wir werden beim nächsten Mal ihn killen. 100%ig. War halt so stark wie der andere ist er nicht. Er hat auch diese Endphase nicht, wo man einfach übelst Blutverlustschaden gibt und so. Deswegen ist er auf jeden Fall machbar. Hat man ja gerade gesehen. Erster Versuch, bin direkt kläglich gescheitert, aber es war halt weniger Leben, als ich bei dem anderen gemacht habe. Bis beim ersten Versuch, das soll was heißen, würde ich mal meinen. Und das, ja, dementsprechend würde ich mal sagen, nur diese Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.